Ja hallo und willkommen zurück. Ich musste jetzt echt googeln wie das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht ob er mein Inventar mitnimmt. Will das jetzt mal das Inventar der Wachen, äh den Frachtraum. Dann haben wir ja ein dickes Schiff. Wir werden es einfach mal machen. Hier fliegt ja momentan noch alles rum. Kann ich so schwer sein, dass ich mich nicht mehr bewegen kann? Wir machen jetzt erstmal alles leer. Oh. Oh. Okay. Ich muss jetzt wirklich nachgoogeln wie ich das Schiff wechsle. Naja, das ist erstmal nicht schlimm. Können wir alles gleich ändern. Ich glaube ich wiege eine Tonne. Was soll der Geiz, ey? Ich habe so viel Heilung. Darum, was soll der Geiz? Hey, was kann ich für dich machen? Okay, kein Problem. Es ist so einfach, wir müssen eigentlich nur hier rauf gehen. Äh. Der Star Eagle ist noch dick geiler. Und wir legen den fest. Wo ist der Stadt? Okay. Was ist jetzt unser Das? Alles klar. Okay. Kann man was modifizieren? Okay. Kann man was modifizieren? Es ist so einfach, ne? Kann man an, äh. Ähm. Ich möchte noch einfach... Hier. Ist alles schlechter. Oh. Moment. Die Toren. Ah, ist okay. Da kann ich noch weiterschalten. Äh. Ah. Wir müssen mal gucken, wie sich das im Kampf hält. Benötigte Skills. Aber das kann ich ja so fliegen, ne? Jetzt müsste ich ja das passende Schiff hier an sich haben. Oh ja. Jetzt ist das Ding mächtig. Uh. Jetzt müssen wir uns erstmal einmal ruhen gucken. Hm. Und erstmal unser Inventar kommen. Eieieiei. Ja. Ist ja ein halber Frachter. Muss meine Crew zuteilen. Ach du Heiland. Wie werde ich mich verlaufen in dem Schiff? Hm. Komme ich ins Cockpit? Ach. Da ist ne Leiter. Kann ich jetzt meine Crew zuteilen? Oder brauche ich dafür jetzt noch extra... Ähm. Crew. Nee. Dich. Was haben wir noch? Tara Morgan nehmen wir mit. Giesiger Fan. Ahnung plündern. Cool. Biologie. Sprengstoff. Außen... Außenpostentechnik. Gewicht heben. Einen kann ich noch mitnehmen. Die maximale Anzahl. Okay. Ah. Äh. Ich suche gerade noch meinen. Ey. Geilu. Gibt's sogar schon. Ah. Hier ist der Chefsessel. Das ist gut. Also muss hier irgendwo ja auch das Fenster geben wo ich mein Zeug abladen kann. Da. Muss ich mal gucken wo hier alles ist. Bist du es? Spinnt des Captains. Wie groß bist du? 40. Okay. Also habe ich einen eigenen Spinnt. Das ist geil. Müsste ich ja an sich ja die Mission machen können. Aber es muss ja eigentlich auch einen Laderraum. Einen Frachtraum geben. Boah geil. Waffen... Oh. Waffenständer. Wir haben die Fängniszellen. Ah. Aber wo ist der Frachtraum? Hilfe. Ich bin überfordert. Hier ist die Küche. Hier gibt's noch Zeug. Oh. Endlich Platz. Oh. Wollen wir nicht hin. Ich will mein Zeug loswerden. Wo kann ich noch... Warten. Das ist jetzt immer eine halbe Weltreise, wenn ich mein Zeug loswerden will. Geht das nicht auf, wie einfacher? Außer so ein Spind. Es ist alles immer so liebevoll eingerichtet, aber wenn du teilweise diese Basen guckst das ist immer so Copy and Paste und stumpf und überhaupt nicht geil Schiff gekauft mit Credits Lass mich hoch Das ist eine Tür zum Andocken Es muss doch irgendwo den Fracht Zugang zum Frachtraum geben So war es echt cool Ja eigentlich schon mal ganz fair Wir könnten ja schon mal Sachen loswerden Inventar Waffen Was könnte mal loswerden Dich Dich Breach Nehmen wir nochmal auf Aber immer noch fehlt mir der Zugang zu meinem Frachtraum Oh hallo Natürlich Sind alle da Hä Wie komme ich auch zu meinem Frachtraum Das ist der Captain Ja aber wie komme ich zu meinem Frachtraum Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben Zu meinem Frachtraum zu kommen Ja ich habe mich verpasst Hier ist nichts Hier ist nichts Hier ist nichts Hier sind Notizbücher Ja Ist ja alles in Ordnung Keine Frage Kann ja alles Notizbücher sein Es muss ja Es muss ja irgendwo die Möglichkeit geben Zu meinem Frachtraum zu kommen Hä Ist du hier mein Frachtraum Ist du mein Frachtraum Ja ich verstehe das nicht Wo ist hier der Frachtraum Das Schiff ja Woll Verstände Momentar Habe ich noch irgendwelche Waffen Die ich loswerden muss Das ist das was ich nicht gefunden habe Ist Ja Frachtraum Transfer Oh Endlich Inventar Gut Ähm Die dritte brauche ich nicht Klebeband Freund Willby Meißel Stofftier Dö 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 Ja, Forschung, das kommt weg. Schlusszeile, weg. Hilfe, Munition, werfbare Items. Weg, Schrapnellgranate behalten wir. Kleidung. Gut, Säcke, was haben wir denn noch so on must buy? Ja, alles was ich noch benötige. Ähm, erstmal alles weg. Werfbare Items, Munition, Hilfe. Haben wir. Geizen. Mal. Sonstiges. Alles. Warum bin ich eigentlich immer noch so schwer? Ist die Waffe hier so schwer? Breach. Ja. Masse 7. Ja, passt. Ich hab sonst nichts weiter dabei. Wird die Breach sein. Kann man ja hinhängen. Ist fair. Inventar. Funktioniert das, dass das hier drinnen bleibt? Machen wir mal die Hälfte. Bei Kid. Oh. Zwei Traumapack. Oh. Hier. Kann nicht mehr gelagert werden. Okay. Ah, wir haben ja noch eins. Äh. E-Transfer. Waffen. Justifier. Ich. Kommst dahin. Hier in der Küche. Wir müssen überall mal Zeug verteilen. Wir brauchen. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Was? Gehen. Wie Hilfe, ne? Wir haben erstmal genug. Gut. Wenn wir jetzt in Missionen gehen. Jetzt würde ich gerne das hier machen. Letzte Eindrücke. Darauf habe ich Bock. Endlich geht's weiter. Jawohl. Ich mag dich. Barrett, du bist cool. Oh. Jetzt wird's geil. Erstmal eine halbe Stunde hier rumgeeiert, ne? Jawohl. Ich habe Dinge für dich. Oha. So. Ich werde jetzt einfach mal, dass wir generell Schilde hoch haben. Ähm. Gläser. Okay. Gut. Ich werde gar kein Schiff kaufen brauchen, oder? Oh. 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 So. 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 Das ist schon los. Eindocken. Ja, wissen wir. Wir wenden es einfach mal hin. Okay, wir gucken uns das erst mal an. Können wir hier andocken? Okay. Ich habe noch einen Skillpunkt. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Den stoppen wir. Wo stoppen wir den rein? Schlussbefehl. Schleichen, Fitnessboxen, Gewicht heben. Schleichen. Schleichen. Genau, landen wir erst mal. Jetzt können wir das endlich weitermachen. Jetzt kommen wir endlich voran. Jetzt ein Freestyle gleich von Anfang an. Dann hast du ein Bombschiff. Ich bin bereit. Okay. Weiter weg hätte es nicht parken können, wa? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Zum ersten Mal wieder gefahren hier irgendwie. Sonst rennst du immer nur über absolut leere Planeten. Ich bin bereit. Hier ist ja voll viel los auf dem Ding. Ich bin bereit. 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 Nashed up. Jetzt den weg. Das ist mein Lieblingspark. Ach stimmt. Der kann sich ja... ... der kann sich an mehrere aufteilen. Ich bin gespannt. Gucken ist irgendwas. Ein bisschen Schuss habe ich hier für euch ein bisschen mehr. Okay. Wow. Das kann nichts Gutes sein hier. Oh, da. Okay. So, ich würde schon mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.